Ja, danke. Wiederhören. Boris Kutschow sagt die Wahrheit. Der Putschee kann sich noch lebhaft an Taxifahrer erinnern, der einen besoffenen Chinesen ins Hotel gebracht hat. Aber eine Frage drängt sich immer noch auf. ...durch. Zeitlich kommt eigentlich nur ein Anruf in Frage. Und jetzt rat's mal, von welchem Anschluss er angerufen wurde. ...Bank vom KVR. Gewärbeanmeldungen. Unterleitner. AI. Sabine Unterleit. 87. Das ist sie. Und seit sieben Jahren, als... Die Kollegen von der Sitte haben das Phantombild wiedererkannt. Aktueller Arbeitsplatz, Villa Paris. Viel zu billig, wenn man sich überlegt, was da... Mach einen Termin, da... Enjoy. 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 Vielen Dank.